Hallo aus dem Studio. Ich bin Sabine Wienbehofer und darf euch heute herzlich begrüßen. Es ist eine spannende Zeit, die wir gerade erleben und ich denke, wir Künstlerinnen und Künstler haben die Aufgabe, diese momentane Situation festzuhalten und in unserer Kunst zu manifestieren, umzusetzen, diese Ereignisse darzustellen in unserer persönlichen Auffassung. Ich arbeite derzeit an den neuen Glasskulpturen und sobald es wieder möglich ist, werde ich nach Murano fahren und mit Adriano Berrengo und Marco Berrengo und mit den tollen Gasmaestros diese neuen Towers kreieren. In meinen Towers geht es um Transparenz, Gesernheit und vor allem um Fragilität. Und in der Zwischenzeit wünsche ich all meinen Künstlerinnen und Künstlerkollegen positives Schaffen und all meinen Freunden und euch allen da draußen. Stay strong, stay positive and never give up.